Willkommen im Light Novel Dungeon. Ich bin Dave und ihr hört hier eine Audio-Fassung meiner Review zu Ginga Plus Momo, geschrieben von Martina Kalt mit Illustrationen von Akira JW und erschienen beim Verlag Literar Magia. Wenn in den Hafenbars von Eger sogar altgediente Weltraumfahrer ihre Geschichten nur im Flüsterton erzählen, gibt es eine junge Frau, die besonders gut zuhört. Momos Herz schlägt für die dunklen Geheimnisse des Universums. Egal ob verbotene Gegenstände, geheime Kulte oder Visionen von fremden Welten, sie hungert nach verbotenem Wissen. Eine harmlos wirkende Spur führt sie zu einem Ritual, welches die Barrieren unseres Universums durchbricht. Die Ginga Plus Reihe erzählt die Abenteuer von Frauen und Männern, die in einem dicht besiedelten Universum ihr Glück suchen und es manchmal sogar finden. Meine Meinung Deutsche Light Novels an sich sind ja bereits ein seltenes Gut, darum ist es immer wieder eine nette Überraschung, wenn man auf einen Verlag stößt, der es tatsächlich wagt, Light Novels deutscher Autoren zu verlegen. Autorin Martina Kalt präsentiert uns eine Reihe an Space-Opera-Novellen, die zwar im gleichen Universum angesiedelt sind, aber mit jedem Band die Geschichte einer anderen Hauptfigur erzählen. Zwar handelt es sich hierbei um Science-Fiction, ich wurde aber positiv überrascht, dass es hier bei weitem nicht so technisch zugeht wie beim durchschnittlichen Sci-Fi-Werk. Stattdessen überrascht Ginga Plus Momo mit einem spannenden, genreunüblichen Twist, der die Geschichte in unvorhersehbare Richtungen führt. Ich habe mir fassungslos an den Kopf gegriffen, als ich gemerkt habe, dass Hinweise auf den Twist bereits seit Anfang des Buches da waren, ich sie nur nicht erkannt habe. Außerdem hat die Novelle es trotz ihrer Kürze geschafft, eine wirklich interessante Science-Fiction-Welt aufzubauen, ohne uns mit technischem Fachchinesisch zu langweilen. Darum sind ihre Geschichten auch für Sci-Fi-Einsteiger geeignet. Meiner Meinung nach hat sie genau den Charme, den ich von einer Space Opera erwarte, und ich freue mich darauf, dieses Universum in den weiteren Wänden erkunden zu können. Die größte Schwäche dieses Buches war meiner Meinung nach die Hauptfigur Momo. Ich hatte die meiste Zeit das Gefühl, sie würde nur eine passive Rolle in der Geschichte einnehmen. An manchen Stellen wurde sie regelrecht vom Plot umhergeschubst. Zwar kann ihr Verhalten durch einige Enthüllungen gegen Ende gewissermaßen entschuldigt werden, jedoch hinterließ es bei mir trotzdem einen bitteren Nachgeschmack. Gestaltung Der Text wird durch die fantastischen Illustrationen von Akira J.W. aufgelockert, die sowohl in Schwarz-Weiß als auch in Farbe die Geschichte begleiten. Sie werten das Produkt ungemein auf und ließen mich gelegentlich länger an einer Seite sitzen, als ich es gerne öffentlich zugebe. Und wenn wir schon vom Produkt sprechen, muss ich an dieser Stelle ein klein wenig Kritik zum Preis-Leistungs-Verhältnis äußern. Die Novelle erscheint im üblichen Taschenbuch-Format von ca. 12,5 x 18,5 cm und ist, wie die meisten Novellen, mit ihren 112 Seiten recht mager. Leider scheint sich das nicht sonderlich auf den Preis niederzuschlagen, denn der Band kostet als Taschenbuch 10,50 Euro. Natürlich kann man damit argumentieren, dass es sich bei Literal Magia um einen kleinen Verlag handelt, aber darauf nochmal 6 Euro Versand zahlen zu müssen, tut schon ganz schön weh. Mittlerweile sind allerdings bereits einige Bücher von Literal Magia mit ISBN auf Amazon bestellbar, das heißt, da fallen keine Versandkosten an, oder ihr greift einfach für 1,99 Euro zum E-Book. Als Hörbuch ist das Ganze im Übrigen mittlerweile auch verfügbar, auch das Hörbuch kostet 10,50 Euro. Meine Bewertung Die Novelle bietet einen überraschenden Genremix, der sicher jeden unterhalten kann, der etwas für zwischendurch sucht. Und ich kann diese auch Lesern empfehlen, die mit Space Operas oder Science Fiction eher wenig anfangen können. Ich werde die Reihe gerne weiterhin verfolgen. Wenn ihr das Buch auch bereits gelesen habt, könnt ihr uns natürlich gerne einen Kommentar dalassen. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben gehen und am besten auch gleich abonnieren und die Glocke drücken, damit ihr nichts mehr verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen!